... und so, und Milanos und Halbstarkheit mit Lederjaggen nach dem Film mit dem Heißbuchholz. Ja, und dann hat es in England noch eine Bewegung gegeben, die nennt sich Dates, wobei ich sagen muss, dass ich so einer Gruppe da in Wien angehöre. Das war eine eigene englische Entwicklung, die, also, Sargos getragen hat, die nennt man Drapes, die waren so lang, ich zeige eine Geschäfte jetzt drüben in England, wo man diese Ware beziehen kann. Sollipop is great, I call him lollipop, lollipop, oh, lole, 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 lopop, oh, lale, lole, lole, lale, lole, lole, l Ghost, oh, lale, lole, l ismertoy. A la Alephap